Ja, nehm mal, ja, nehm mal den RT-Teki, nehm noch den RT-Teki mit Wie will die schießen? Ich kann das nicht, ich verreiß das bloß Irgendwie hätte ich gern normalen Teki sind, ich mag den nicht Wenn das Fahrzeug jagen geht, dann brauchst du halt hinter der Schleichung und so Ja, ich mein so mit nem Teki grad hier Nen Teki? Ja, der ist voll, es ist ein Teki Wir pushen zu Indistro-Pub Bisschen überfahren Nope, passt da nochmal rein Achtung Nein, okay, wir sind voll Mein Gott, da war ich mir schlecht Ja, die Reifen sind ein bisschen ruhig Müssten mal gewählt werden Und ich bin nicht mal angeschnallt Kein Problem, ich fällts nicht raus Ja, gleich kommt die Muni, ich bin hier, ich hab mit dem RT-Teki das an Weil wir nicht angeschnallt sind Nicht, dass es ein Strafzettel gibt Ja Du bist zwangspensioniert, du kriegst bezahlten Urlaub Es gibt jetzt auch Schwinggranaten für den Teki Was? Okay Bitte was? Nein, du hast ne Sprittergranate und du hast ne Panzerabwehrgranate hinten Kannst du laden What? Ich kann nicht Alles kann Ja Boah Das stört mich jetzt aber so richtig Wir kämpfen mal kurz zu deinem Niki Äh, noch einer raus bitte Erst bitte weiter, ich bin direkt bei Destro Truck Jedenwann gleich Wir müssen die, wir versuchen da mal ein bisschen Theater zu machen Okay, dann lassen wir das Freuen wir alle Ähm Nein, ich konnte raus schließen Na, dann können wir die Restlichen Können das jetzt machen Nein Boop Nein, ich habe Leute direkt aus Darfst du ein Mist erzählen? Ich hab schon angelehnt Teki fahrt ihr schonmal zur Straße? Guck mal, da sitzt so ein Test, ich hab jetzt ein bisschen drauf Alter, das ist Ruin da unten bei mir Alter, das ist Ruin da unten bei mir Das war's für heute. Einfach zu bleiben bitte. Alles ablaufen. Wie sieht es aus? Habt ihr da feinbleiben bis jetzt? Ne, gleich. Sehr gut, verstanden. Steht. Sehr gut, perfekt. Sollen den Lodgy noch mal fahren oder nicht? Ja, machen wir wieder ruhig einen Lodgy-Run. Das ist ein Lodgy-Run. Ja, höch. Einer hier auch raufeln. Panzerabwehr. Und dann einer wieder gleich sich auch dransetzen erstmal. Kann ein ganzer Zischleiter. Ist das grad ein Sound-Bug oder? Ja, das ist... Nein, weiß ich nicht. Nein, ist es nicht. Ihr könnt wirklich so dauer vorher machen. Die Gnauerung, die Gnauerung, die Gnauerung nicht. Die Gnauerung, die Gnauerung, die Gnauerung nicht. Die Gnauerung, die Gnauerung, seit zwei Minuten ohne Pause. Ja. 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 Die Infanterie zieht sich mal ein bisschen auf Industrial Park zurück. Die Gnauerung, die Gnauerung. Und der Vakilseki schießt dann auch mal. Endlich, Ruhe Wir haben zumindest noch keine Infanterien, das macht die Käpt'n noch nicht Und jetzt noch eine Abwechung Willst du dann gleich überhaupt noch Baupunkte oder nur Munition? Ähm, ja, bringen wir mal 500 Baupunkte 500, äh... Mache, äh, 500 Munition bitte Ein feindlichen Emelfeld hat in unsere Richtung Das Nachladen vom SG, Teki, ist verpackt, das funktioniert nicht Scheiße Der SG, Teki, wir haben zwei verschiedene Raketen, passt auf Ich denke, du feierst doch auch eine normale Sehr gut Amrap ist down Nein Teki muss reparieren, vielleicht noch ein Stalker, Stalker Ach, Lodgy sogar, Entschuldigung, Lodgy Find Lodgy Nordwest, zerhaut ab Ja Ich habe die Kippen, zumal ich noch ein Distro-Punk Ähm, Baupunkte So Jawohl, das ist gekippt, sehr gut, dann kippen wir jetzt hier weiter Ach, das ist jetzt ein kurzer Ach, das ist jetzt ein kurzer Ja Sollte geplatzt Teki folgt Verstanden Ja, der Teki ist drauf gegangen Mal gucken, wenn Scott 5 was erhält, dann machen wir vielleicht ganz Glück Dann könnte das eine schnelle Runde gehen Von hier aus kommen wir ganz gut zu Simone Das dürfte eine gute Runde werden, wenn das so weiter geht Wir haben einen Striker im Westen Auf den Steinen in der Nähe von dem Lodgy Marker Da steht der Striker Der guckt gerade Oh, es sitzen auch Infanterie ab Das ist ok Bestanden Ich mache mich immer in dieser Richtung wieder aus Lodgy ist wieder aufm Weg Striker bewegt sich jetzt weiter Richtung West, Südwest Achtung, wir haben einen Truppentransporter Irgendwo, wo war das? Ok, in Nölten Ich finde hier oder? Der Truppentransporter ist jetzt auch im Westen Ok Ja, Truppentransporter Lodgy, das ist ein Lodgy, das ist kein Truppentransporter Lodgy fährt Westen rein Stimmt, hast recht, ja Der fährt gerade nach Südwesten rein Der baut noch irgendwo ein Fahrzeug Verstanden Irgendwo mein Schmidt Marker ist dicht davon Sichtkontakt zum Striker verloren, da ist irgendwo Südwest gefahren Verstanden Ja, Lodgy ist auch gerade Südwesten weiter gefahren Ich nehme an, dass Die werden da was bauen Oh, ne Flagge wählt, ok Fuck Striker Westlich, Nordwestlich Hat mich gerade weggebertragen Pass auf CBL Pro Links von dir herguckt Ja, ich sehe ihn Ok Ja, der steht da im Südwesten auf dem Hügel Der steht ungefähr bei K 11, 2, 3 Da oben bei den Steinen Da habe ich auch gerade Infanterie gesehen Jetzt bewegt er sich Jetzt bewegt er sich Ich habe einen Squad angefahren und laufen aus dem Osten Aus dem Osten? Die kippen schon aus Also nördlich von meiner Position sind die gerade über die Straße gelaufen Da oben in der Kurve Und kommen Zurück Das lege ich von Oakyn heran Auf meiner Position sind Kontakte Ich bin auch tot, ist voll Das wäre von zwei Seiten angegriffen Das finde ich so einfach Ähm, Metty, komm mal her Da ist jetzt mal ein Rallye hier drin Ach, dieser scheiße Stryker Kann ich mal bitte gleich mal ausschalten Ach, dieser scheiße Stryker Leute, pass auf wenn du dran fährst Äh, fährst genau direkt Richtung Stryker Ja, irgendwo da Richtung Marker Oh, oh Ja, ich höre ihn, der ist südlich von mir Südlich von dir? Ja, und schießt nicht gerade zu Glück Also auch Flecken, hier sind auch Infanterie Wo du gerade hinfährst Ja, Leute, die Flecken von dir Ja, wunderbar Die haben die Vorbruch gleich gefunden Ja, verstanden Ja, verstanden Stryker konzentriert sich auf Techie? Dann lass mal nicht ab Warte, noch nicht abladen Du hast es schon abgeladen Ja, hab ich schon Aber ich kann es auch wieder einladen Ja, ja, komm Dann laden es doch mal wieder, wieder ein Der Rallye ist halt fast arsch Ja, okay, verstanden Achtung, Techie Nein, fahr mal in den Wald In den Wald rein Direkt vor meiner Leiche, Gegner Ah, okay, die haben auch rausgecapt, sehr gut Die haben irgendwo auch weiter im Osten Was ist das? Also ich bin aus dem Osten jetzt schon wieder erschossen worden da oben Verstanden Also laut Cotte können wir Industrial gerade gar nicht mehr verlieren, solange Outpost neutral ist Bitte wiederholen Ähm, laut Cotte können wir Industrial gerade gar nicht mehr verlieren, solange Outpost neutral ist Genau, hab ich gesehen Genau, hab ich gesehen Ähm, ich hab gehört, jetzt kommt ein Plan Z Wir schaufeln, wir schaufeln die Fop ab Und wir fahren, äh, irgendwo Richtung Schwertmarker setzen dann den Fop hin Wir nehmen das jetzt auch her Ja, verstanden Geben das Fahrzeug frei Ja, ich hab's nicht mehr Ist frei Ist frei Ist nicht schon blau im Leben Ich brauch dich Logi gucken mal, dass du uns einsammeln kannst Das wäre ideal Ja, vorab aufschaffen, vorab aufschaffen Wir setzen gleich eine neue Fahrt Logi hat zu Pleist Der STRIker ist aber nicht mehr da, oder ? Der STRIker ist da Ist aber nicht mehr da Der STRIker ist da ganz außenrum im Osten um die Fahne herumfahren Schuss aus dem Osten Ich habe im Norden zwei bekämpft Sonst Vom K2 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 Stryker ist down Cleaning, steht in meine Richtung, steht da auch ein Gegner bei dir am Feld? Ey, ich starte das Spiel Pass auf, äh, dann ist fortgesetzt, ähm, in Samarhund, wir müssen ihn nur aus der Beine gleich Ich starte mein Spiel Jaaaaah Juhu Scheiße Ah, scheiße Okay, hier ist ein Falzloch Tja Na, aber das ist ja ein Versuch seit Ich hab da schon irgendeine Invasion gezockt, ne ne? Okay Guck mal, ob ich noch Adminrechte hab auf dem Server Da würde ja nur Sinn machen Oh, Cleaning, du bist kein Zug Stört man immer noch, wenn man revived wird? Haben die das gefixt Ist ja vorher sowas, wenn du tot bist und revived wirst, dass du so einen Meter über dem Boden gespawnt bist, Fallschaden gekriegt hast und dann Selbstmord begangen hast Okay, ich hab auf jeden Fall keine Reserved-Member-Rechte mehr Hm Aber wisst du was, ich geh mal eben Zähne putzen Jetzt ist bei mir 76 von 80 und ich komm nicht direkt auf Kein Leid, bist du im Scout-Karrenner? Ja Doch Ah, okay Du hast mir doch nicht die Zähne Ach, egal Guckst du was? Haha Brot Ah, so ein Spaß, mir egal, ich kann auch ohne Zähne essen Hallo 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 Hinten wir noch zu selben Falkern Aber diesmal fahren wir vielleicht ein bisschen weiter Richtung Marca Auf der anderen Seite sind wir zu viele Feinfahrzeuge Flecken, hast du ein Logi ausgeraten? Weil ich glaube das ist ein V10 verbuggt, wenn du einen Logi auslässt, kriegst du Minuspunkte, oder? Oder Supervisor auflädst Ja, tatsächlich, ich hab minus 200 Punkte Hattest du Logi? Ja Jaja Oder ich hab einfach 202 Teamkills gemacht, kann auch sein Kann auch gut sein, ja Das wär ja typisch für dich In manchen Teams Ich hab einen Mett Auf den Mett, bitte Ey, das war ich, das war ich für Urlaub zu helfen Nö Ja, das war ich dann Das war auch Das war auch Das ist ein CF, ich will nichts sagen, aber du siehst so ein bisschen verängstigt aus Ja, ich glaube, ich denke Ja, du bist so zusammengekauert jetzt so da so ein bisschen Ja, da hat eigentlich mal Justin gehört Von Justin Bieber? Was? Ist das auch hier? Ach du Scheiße, lass uns erschießen So, geh rechts Sehr schön Ready Ja, stopp, bleib stehen Nicht direkt in die Feine, danke Autsch, danke Nee, eigentlich Gurken, wir vollkommen planen uns auf der Karte rum Das ist zumindest mein Eindruck Oh, fuck, da sind Fein Ready? Ja, ready Nichts Osten Und, äh, lauter aus der Karte Hoch am Bunker Zweifel vollsteigen Ich krieg's von euch mal Zweifel vollsteigen Zweifel vollsteigen Okay Okay Naja, ich hab's mir kurz gesehen Ich finde den Outpost schon wieder, wie sie sehen die Outpost Das geht doch gar nicht Ach doch, das geht Wie wir sagen Spray-Torn ich ja Aber das ist ja egal Trotzdem, ihr trotz'n T-Gebriet Lebt noch überhaupt jemand hier gerade? Ja Ja, okay, dann hol das Fahrzeug weg Das ist nix von dir In meiner AK Jawoll Ich sag das für eine schnelle Runde Ich sag das für eine schnelle Runde Ich sag das für eine schnelle Runde